In diesem Video zeige ich Ihnen die kompakte SuperShop LED-Lampe mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor. Und am Schluss dieses kurzen Videos wissen Sie, wo Sie diese LED-Lampe mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor einsetzen können. Sie wünschen automatisches Licht an dunklen Orten? Dann ist das die LED-Lampe für Sie. Die LED-Lampe ist sehr kompakt. Sie hat einen Durchmesser von nur 50 mm und eine Länge von 80 mm. Die Lampe hat ein normales Standard E27-Gewinde, also das große Gewinde, das die meisten Glühlampen haben. Für Licht sorgen 10 weisse Power-LEDs. Die 10 weissen LEDs geben ein sehr klares und äusserst kontrastreiches Licht ab. In der Mitte der LED-Lampe sind zwei Sensoren montiert. Der eine Sensor schaltet ein, wenn sich im Umfeld von 5 Metern etwas bewegt. Der Dämmerungssensor ist dafür verantwortlich, dass das Licht nur bei Dunkelheit eingeschaltet wird. Das bedeutet, die Lampe schaltet nicht ein, wenn Tageslicht oder eine andere Lichtquelle vorhanden ist. Die Verzögerung, bis sich das Licht wieder ausschaltet, beträgt rund eine Minute. Diese kompakte und helle Sensorlampe kann dank dem normalen E27-Gewinde sehr einfach montiert werden. Wenn Sie diese LED-Sensorlampe einsetzen, dann haben Sie Licht an Orten, wo Sie kurzfristig Licht brauchen und die Hände nicht frei haben. Oder Sie haben bei Durchgängen, wo kein Lichtschalter sein muss oder darf, weil niemand das Licht beim Verlassen abschaltet, ein gutes Licht. Auch eignet sich die Sensorlampe an Orten, wo einfacher angezeigt werden soll, wenn sich bei Dunkelheit etwas bewegt. Und Sie wissen ja, Licht gleich Sicherheit. Stimmt's? 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 Vielen Dank.